Dann fährt Henrik dann hinten. Herzlich willkommen. Da kommt er schon, ich seh ihn doch. Fährst du hinten oder fährst du vorne, Matthias? Ich muss vorne fahren. So, du hast das Gleiche, dann solltest du am besten hinten fahren. Ich muss ganz hinten fahren. Hätt ich gesagt. Dann passt du dich unsere Geschwindigkeit an. Soll ich nach vorne fahren oder nach hinten? Also Matthias fährt hinten. Okay, hinten. Begleiter. Da steh ich schon, dass ich noch am Tanken bin. Der fährt ganz langsam. Wenn der jetzt nicht rein fährt. Der fährt ganz langsam. Der fährt ganz langsam. Vielleicht kommt einer von hinten. Ja? Und? Ist doch Henrik oder nicht? Nein. Ja ne, da hinten ist auch einer. Äh, für einen neuen. Ich? Weil, ich noch auf Henrik warte. Der ist doch hinter mir. Matthias ist sogar auch schon da. Ne, ich hätte extra hart. Ja, ist doch gut Weil der Wagen ja die Schleude genommen Wer seid ihr gerade? Ich hab 83 Anniere Aber der Wagen ja YOU habt Ich hab 18 bis 15 Euro Er ist keine Wagen Er ist nicht sicher? Er ist nicht die Wagen Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020